Hallihallo meine Damen und Herren, willkommen zu der nächsten Aufnahmesession. Meine Wenigkeit kennt ihr ja schon. Und hier wieder dabei Blut, alias John Travata. Nach unserem letzten Megastream, den ich dann unten verlinken werde, knappe drei Stunden, ne, Schulterklopf mal hier, müssen wir heute mal wieder ein paar Aufgabchen machen. Ich habe schon das A gesetzt und ich muss sagen, wo ist der Hubschrappschrapp? Ach so, hier auch noch Ansprüche setzen. Und so was, ne? Schnapp ihn doch mal. Auch geil, wie der mal reingezapft wird, ne? So, wutz, drin ist auch. Das Geilste war immer noch, wo ich mich selber umgebracht habe. Oh ja, das war, das war mega gut. Oh, ich habe nichts gemacht. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Ich habe nichts getan. Ei, ei, ei. Hattde ich auch schon, mitten im Wald, zu nah an den Bäumen, du startest das Ding, der Roter fällt erstmal ab und flippen weg. Okay, toll. Oh, oh, oh. Oh, da lacht ja ein Wald rein hier. Ja, der war nichts zu beschimpft. Oh, 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 Achtung. Oh, oh, oh. Wir wollen es ja ein bisschen spannend machen. Oh, jetzt ist aber gut. Oh, jetzt ist aber gut. Oh, jetzt ist aber gut. ja wo parkt man dann das schöne baby hier wieder eigentlich mitten auf dem dach das ich krieg das hin ja ein bisschen aber nur nicht viel auf kopf gelandet jetzt sei doch nicht so ist der über uns der eine was ist denn jetzt hier los jetzt verstehst der heli ist direkt durch mich ein zurück gehört das mother fucker ist da ihr neues update gekommen das hat immer wieder recht als das aggressiv oder doch ja so wahnsinn der heutige jugend also geht es noch also hier ist nur schraub schraube jungs alles ok nein sie schlafen die unidad die macht die unidad jetzt nimm dir doch mit euer ernst ich krieg diesen ordentlich ja du musst erst den stuhl wo davor steht irgendwie weg kriegen und dann muss ich hinsetzen doch weil da ist irgend so ein glitz so ein komischer beteil stift das ist doch jetzt nicht wahr ja also wirklich diese ausdrucksweise die lobe ich mir ja schon fast so einmal hier nachschub klick 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 ja ein bisschen nackt bilder das hat die chemischen grundstoffe von einer firma so haben sie mit dem raffinerie chef um die chemikarien auf dem offenen markt zu kaufen wir sollten uns mit dem mann unterhalten ah schön bounce bounce sowohl können wir dann jetzt machen wir haben auf einmal drei unidad am hintern auch die drei stück einmal flugzeug da ernst keine ahnung als volle konnte nicht landen dann bin ich ein stück laufen und dann einfach so mit einem wald wo bist du denn schon wieder ja das dachte mir schon das wir brauchen dich nicht schießt eigentlich auch moment ich muss nachladen ich glaube wir laufen eine runde ich bin so gut dass ich muss nachher das video schneiden nicht dass die gamer nachher wieder weckert jetzt kommen sie aber es tut mir leid jetzt muss der laden steig ein herrlich herrlich immer wieder gut diese spitze da vorne also die macht mich schon ganz was ich also weiter schon wieder mit dem gelände um schickt schickt man immer so niedrig herrschaft dabei kurz beim aufgelassen habe ich den kalt und das ist dann schon mega knapp der wille zählt ja gut aber so viel ist das jetzt hier nicht meine damen und herren ich bin leicht unterfordert das sind generator da sind die informationen also ich habe den sniper und den alarm ausgeschaltet weil der alarm ist nämlich in der lage dann mehr heroes zu holen bestimmt wie kommen denn da rein ach da hinten euer ernst 13 kilometer laufen machen die nicht den eingangs politik haben wir doch schon so eine fette riesige tür die nur aufgeht wenn wir den strom ausschalten was so logisch ist genau dahin muss zu laufen ich komme fahrräder bobby chaos das übliche da hat es ein vorräte ohne ende vor einem kaffee die irgendwelche probleme mit kaffee kümmert es hat müssen kaffee sie geht das sind kartoffeln wie tue ich noch mal ding machen als schalldämpfer zielen und dann nach vorne drücken auf den steigern das seite steht da steht einer wie geht es mach ich habe muss da aber auf meine hand bei waffen denn weil ich habe das habe ich jetzt auch aber das mal schleichi schleichi dann holen wir uns das werkzeug teil also heute habe ich es aber auch genommen oder wie also schon wieder so ein bisschen schwierigkeiten mit aufnehmen und anpacken mit anpacken also ein hatte ich schon und du hast ja schon um und wie gesagt so viele waren das nicht ich habe ein wenig noch ein weniger und das war's ja also jetzt ist alles wieder weg so jetzt kommen wir heute hier aufräumen und noch als klick 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 nach koordinaten für ein chemielager hier in libertad aus hier muss müssen wir erledigen koordinaten chemielager wollte das ist hier nicht alles gibt das ganze helfe dann abgelegene basen mit das fotografieren duschen wird auf den bildschirm ja da waren ein paar heiße chicks und dann dachte ich kommt wenn ich jetzt was haben wir hier so ja noch mal ein theoretisch kann aber aus dem zentrum von die gleiche die stadt ist die adresse eines kartels oder von hirten ich müsste hier jetzt hin die dinger sehen immer aus als würden sie mit dem boden schmuzi machen also solche anspielungen hier also was ist hier zerstören sie den ganz voll von chemischen kunst ok dann landen wir mal hier ich wollte eigentlich ich glaube das überleben wir nicht ja ich nicht und du ja und du auch nicht sehr gut hat ja super funktionieren ja 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 wenn man es nicht zum gegner hinschenden unter deckung suchen kommt ein bisschen doof vor allem wenn er sich so komisch eingefunkt nach dem motto du schuhe irgendwie nicht mehr ganz knüde die typen weg zum schießen da bist du fahren mit dem auto relativ gut da geht ich bin dann immer sehr überraschend auf einmal stoppen ich glaube wir brauchen ein auto ein auto wäre besser oder ich bin gespannt wo das gesporn wird ich möchte auch mal was machen hier feuerzeug abwurf feuerzeug fahrzeug abwurf firereal FORCE discord ja が karş受け mach chini bang 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 markiert so dem bitte war ich weiß nicht ob wir den of the rock haben ok die ich habe denn ange których markiert dass der 1 stole noch 3 kilometern sondern wieder genau richtig aber du hast jetzt nicht eine gelbe linie oder das hast nicht schaffte so dort schaffte so ja ich wollte nur gucken ob das on fire ist halten sie sich rechts du wie sieht das eigentlich aus mit einem führerschein in real life erzähl uns mehr darüber ich wusste nicht dass man keine mg auf das auto drauf machen darf nein das darf man nicht machen das ist illegal aber gta hat auch so das ja ja genau ja dann ja das hättet mir keine Zeit ja genau wir hupen gar nicht mit diesem fahrzeug aber das geht ja nicht oh ja stimmt wir haben alles einprogrammiert aber hupen geht nicht so eigentlich nicht haben die okay was noch immer das fahrzeug und die etwa keine hupen die oder wie ja toll ausgehend der freindes lager vorbei der ist verbunden aber heißt verbunden war nur drauf war lange zerstört sie den konvoi ja einfach drauf ja genau ja wie war es mit der zivilisten wie sie sein das hat bums gemacht mehr war es nicht den typ in der luft und die ganze zeit wir könnten schnell hier raus und mal diese ja gerade sage hast du den auch da in dem punkt ja das haben wir noch gerade mit meinem reich weiß ja bloß und die dati rutschen weg also dem guck der geschäft in das haus rein und dann darüber und fertig ja gut das war's kannst du mal weg geht fertig ja genauso wie du ein hupschraub schraub schraub ein hupschraub schraub schraub ja das finde ich auch mal genial wenn du fährst markiert du ich ja 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 mitten in der suppe ein primär ziel für sie ich habe ich nicht nur schnappi unidat ist unserem hintern und sollen sie doch unidat unidat ein bisschen weiter weg weil ich weiß nicht wie viele fände da kommen ok clever du bist parkst du heute noch oder ach so ok so ich hoffe ein bisschen über die lande waren mal gucken drohne gestört das war mein hat das war mein der habe ich zu so ein check mal ab ja ich sage wenn du so langsam bist was los mit dir heute das ist halt noch weg hier kann man die seite schule wo die haben echt viel alarm der name ist aus man die haben so an der seite ist ein sicherungsgast oder daraus geht der alarm kaputt das ist immer wenn jetzt erste was ich mag die dinge überhaupt nicht in die untergehen glück hat das chemilager könnten chemische grundstoffe enthalten wir müssen es zerstören als die wir uns immer haben muss das bestand und granate kommt kommen wir am start wir rennen hier über ihre basis rotzen alle ihre freunde weg und die kommen erst auf die idee nachdem wir hier was bereits versammeln müssen die luft sprengt haben uns anzugreifen ich bräuchte ein bisschen munition das ist bei dir nein draußen über den wahlkäten es ist denn los so fertig ist hier zunächst eine aufgabe so 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017